Ja und amit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir den Kabinen, der sein Inventar los, äh, werden, äh, nicht los, sondern leer werden lassen will. Ja, so ungefähr. Äh, denn wir haben heute was vor. Äh, wir haben jetzt hier noch Lebensenergie. Ähm, mehr als uns lieb ist. Und, ähm, jetzt will ich bloß noch mal ein Inventar leer machen und dann, äh, das letzte Buch holen, was freigeschalten ist. Äh, warten Sie mal, ist das die Knifte oder ist das die Knifte? Ich glaube, das ist die Knifte, wahr? Gut, ist die Knifte. Ähm, ja. Lebensener... Und das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht dein Ernst. So, das haben wir und das haben wir. Jetzt haben wir die zwei Bücher. Ich mach das mal kurz so. Dann passen die wenigsten zusammen. Und dann holen wir uns das letzte Buch und dann Richtung, äh, wie gesagt, äh, Richtung... Ihr wisst schon. Du boss. Jetzt wurde das da drin. Äh, warte mal. Das da drin. Da, 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 da. Nicht da, da. Überhaupt nicht, gar nicht. Da, da. Das kommt da hinten hin. Äh, das kann da drin. Das kann da drin. Kommt nicht da hinten drin. Nee, hier. So, äh, hier kommen die Münzen drin. Münzen. Und das da? Die Platten nicht, wa? Warum kommen die Platten da nicht drin? Das muss geändert werden. So. Jetzt ist da alles wieder korrekt. Ich glaube, ich brauche die nächste Kiste. Irgendwas sagt mir, ich brauche die nächste Kiste. Ich brauche die nächste Kiste. Äh. Um des Lukens Willens. Äh, ich werde so oder so zwei oder drei Kisten mehr brauchen. Und denn? Warum nicht jetzt so denn? Ja. Wenn nicht jetzt so, wann denn dann? So, wollte ich gerade sagen, aber gut. Es war noch nicht so weit. So, Upgrading. Äh, jetzt habe ich die Nähe und die... Ach, die ist doch... Gut. Also, wo habe ich sie drin gesteckt? Äh, die Nähe. Der Gummi? Nee, der Gummi passt ja auch nicht mehr, wa? Also, das ist zu wenig Gummi. Oh, und Platten erstmal. Ich glaube, das kann ich erstmal knicken. Naja, gut. Ist ja, schmeiße ich trotzdem darin. Ähm. Für meine, äh, Zwecke würde es schon reichen. Gehen wir davon aus, das reicht hoch. Äh, das kann weg. Das kann auf jeden Fall weg. Das kann weg. Oder auch nicht. Jetzt schon. Dann kann das doch wieder. Nee, kann das doch nicht. Kann das doch. Es kann doch. Ja, gut. Ich könnte das auch auseinandernehmen, ne? Nein. Das könnte ich tun, wa? Ich sollte sowas tun. Ich nehme das mal auseinander. Den Rest hätte ich auch auseinandernehmen können. Oder beziehungsweise tun sollen. So. Knifft da einen Start. Ah ja, ich weiß nicht ganz genau. Ich muss mal jetzt mal gucken, was an Munitionen im Laufe des Tages übrig bleibt. Das kann davon, äh, das kann entscheiden, ob das eine gute Idee ist, Richtung Militärbase zu gehen oder nicht. Oder beziehungsweise, wenn wir da rein gehen, auch komplett drin zu gehen. Weil der Borsanova, der müsste platt gemacht werden. Und, äh, dazu bräuchte ich Munition, weil Lebensenergie ist kein Problem. Also ich hoffe, also die 36, die 33 werden ja wohl reichen, oder? Das Einzeln, was ich machen muss, auf jeden Fall. Ich werde mir da so einen Schlafsack hinsetzen. Also ich hab keine Lust, das hin und her zu rennen, also. Und ich werde mir mehrere Spiel... Ne, dann brauch ich bloß einen Spielstand anlegen. Oder zwei oder drei. Aus folgenden Grund. Der Schlafsack, falls das funktioniert, und der andere Spielstand, falls das nicht funktioniert. Wisst ihr, wiegt das meiner? Ich will ja nicht, äh, dass, ähm, da drinne liegen bleiben tut. Und, äh, ich komm nicht an meine Kniften ran. Das wär ja mal richtig beschissen. Ich erwarte doch mal richtig schön, wa? Nett. Ne, den Pilz wählt nicht. Der sieht pilzig aus. Ja, ich will bloß auch nur mal sicher gehen, also nicht, dass ich da mich in die Nässe hinsetze. Aber ich glaube... Ne, ach, hier ist ja auch noch was. Also hier ist eh mal, da müssen wir rinnen und da müssen wir auch noch mal rinnen. Hier sind zwei Sachen. Da ist ja auch noch was. Da ist eh mal in Boss und Buch. Das müssen wir umbuchen. Oh, was ist denn los? Keine Ahnung. Irgendwie... Mein Körper weiß nicht, ob er kränken soll oder nicht. Ich bin irgendwie so in der Phase gefangen hier so. Oh, ich glaube, ich bin krank. Und ein paar Minuten später auch, wie ist was? Mir geht's. Hulle. Münzen. Ach, das ist da drinnen. Ja, das ist total... Guck, geschützt. Nicht durchgehen drinnen, Kabin. Das ist nicht gesund. Da hat sie... zahleicht. De Kabine. So, wie weit ist es noch? Oh, das sind noch die 1,2 Meter. Und vor allen Dingen die 1,2 Meter rum. Nee, du, ich hab keine Zeit für dich. Es habe keine Zeit. was muss machen. Ich muss Achtung machen. Ich muss hier langlaufen und gucken, ob ich den richtigen Weg finde. Also, beweg dich mal. und denke an deine Ausdauer. Es kostet nämlich Leben. Und was kann es Schöneres geben? Als bleibend Leben. Da hieß so viele Loot, aber wie gesagt, zeitmäßig ist es kostbar. Muss da bestimmt sowas wie Schallis geben oder sowas. Wie doof wäre denn das, wenn das sowas nicht geben würde? Dann könntest du ja die Kniften fast nie richtig nutzen. So, hier waren wir letztendmal drin. Also mal ganz kurz. Also wirklich mal kurz. Und hier hinten, wie gesagt. Ja doch. Da sind die anderen. Räume. Stopp. Nein, 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 nein. Ach Mensch, du bist aber auch ein Kacker bist du. Ein Kacker, du. Ein Kacker, du, ist ein Vogel. Du Vogel. So. Gut, ähm. Da ist noch ein Pipi. Ein Pipifax. Ist das hier im Lager drin? Ich glaube, das ist hier drin. Im Hangar mein Dick, nicht im Lager. Schauen wir uns. Kacki. Braucht nämlich die Ente. Du spielst... Och Mann. Knifte. Ich glaube, ich habe sie nie getroffen. Irgendwas sagt mir, dass ich sie nicht getroffen habe. geht mir aus dem Weg. Es ist Enten-Saison. Ich glaube, ich habe die immer noch nicht. Ich habe die nicht. Warum habe ich die nicht? Weit die? Ich glaube nicht. Mann, ihr... Ich gehe krass aus hier. Das wäre meine Ente gewesen. Rache. Ist blutwurst. Guck mal. Messer ist aber auch nicht schlecht. Entschuldigung. Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, nein. Sie müssen auch mal lernen, ein Nein zu akzeptieren. Ich bin umgehalten. Das war mein Ente. Oder habe ich die doch getroffen, weil ich habe die nicht wegfliegen gesehen. Habt ihr das? Ist das nix? Jetzt reicht es. Jetzt ist Wille-Messer-Time. Das sind alle so ein Hopper-Russ. Es sei sie zum Stein digitiert. Das kann natürlich hoch sein, ne? Ich habe hierhin geschießt. Ich hoffe nicht, dass ich die Wille in den Boden geschossen habe. Da ist sie. Ich habe sie getroffen. Ich bin der Schütze schlechthin. Das war es mir wert. War es wirklich, man. Ente ist wichtig. Ente gut, alles gut. 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 Also erstmal darin. Und das Buch. Ich habe es gesehen. So. Gut. Ich gehe mal davon aus, dass das Ding bewacht wird. Und zwar krabbelnderweise. Das ist noch ein Enter. Flum. Natürlich nicht. Gut. Du darfst heute mal leben bleiben. Ich habe schon eh noch von deinen Kollegen gekriegt. Das sollte mir erstmal reichen. Tut's nicht. So, warte mal. Ich mache mal kurz hier das Licht an. Gut, dass ich Luminense nicht deaktiviert habe. Hallo. Hallo. Jetzt. Mädel, mach mal den Kopf zu. Gut, wahr? Also, ich werde jetzt mal in die Ego rumstellen. Weil das ist nicht besser so suchen. Ich glaube, das ist korrekt, ne? Da voll ins Gesicht. Hey, like. Zwar bloß ein Tintenkiller, aber ein Killer. Tü, 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 tü. Guck mal, da immer noch welche. Ach, wo? Links heißt es geradeaus. Ach, da. Alter, und ich springe denen noch entgegen. Schönen guten Tag. Kommen Sie mal bitte raus. Um Sie besser zu erkennen. Ich habe dich zusammengefaltet, Junge. Ups. Da ist er doch. Ach, ging mal schnell. Ich habe ein Buch gefunden. Und zwar der Leere. So, ich glaube, jetzt kann ich erstmal wieder umstehen. Aber wie gesagt, Ego-Perspektive ist eigentlich klar. Aber gut. Ja, das muss ich aber schnell zum Bossen. Ich habe gedacht, das dauert ein bisschen länger. Ich kann ein bisschen rauszögern. Okay. Es hat nicht funktioniert. Naja, gut. Es ist so wie das, ne? Normalerweise würde ich jetzt hier alle durchsuchen. Normalerweise. Aber das ist normal. Ist ja nun wichtig. Ich brauche ja auch Demolition. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass wenn man das Buch hat, dass die Markierung verschwindet. Aber die tut sie ja nicht. Die haut einfach nicht an. Schrei mich nicht an. Oh, noch so ein Axt-Dude. Ne, das ist keine Axt-Dude. Das ist ein Exideran-Dude. Muss nachladen. Lademann und Söhne. Oh, hat er aber nicht wieder gebracht. Dude. Die restlichen, die kriegst du so weg. Und tot. Alter, jetzt habe ich... Oh nein! Geh ins weg. Der muss weg. Im Namen der Bröderie. Ich muss mal meine... Ach, du Schitter. Äh, gut. Ähm. Dankeschön. Nein! Das andere Dankeschön. Wird die Krieg schon weg. Oh, noch mehr. Natsiki. Machen wir doch gleich eine Horde. Und da kommt noch eine an. Daneben. Aber der war nicht daneben. Der ruft mich. Ei, 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 ei. Das sei ja nicht so kompliziert. Man muss bloß die Kontrolle behalten. Aua! Ach ja. Und starb einen grausamen Tod. Nicht können sie. Ich habe Handschuhe gekriegt. Sind die denn besser? Nö. Äh, äh. Nicht die Bohne. Ey, du Sau! Ey, warten Sie mal. Die Sau haut ja nie ab, ne? Also. Die bleibt doch mal stehen. Gut. Auch wenn sie stehen bleiben tut, treffe ich sie nicht. Find den Fehler. Heute die Sau. Fleisch. Fleisch. Ja doch. Ich weiß. Fleisch und zum Skillen. Skillt das oder skillt das nicht? Das ist hier die Frage. Ich habe. Erstmal. Werden die mal reparieren. Ich glaube das ist eine gute Idee. Ich habe nämlich schon öfters mal den Popes gerettet. Also ist sie brauchbar. So, was brauche ich denn nochmal? Stoff und Blätter. Stoff habe ich, Blätter noch nicht. Aber die kommen. Die sind schon auf dem Weg. Und wie gesagt, ich muss ja nicht nach dem Linken, dass ich dann ne Penne wegreise. Der Platz der Schmerzen. Äh, Moment mal. Ähm. Bevor die Schmerzen anfangen. Äh. Ausdauer. Er sagt, Ausdauer haben ist geil. Kann entscheiden über Leben und Tod. Die beste Lebensenergie bringt dir nichts, wenn du keine Lebensenergie mehr hast. Ne. So. Genau. Das beste Leben bringt dir eine Spende, wenn du keine Ausdauer mehr hast. Das wollte ich eigentlich sagen. Also. Ähm. Erstmal setze ich hier das. Warte ab, bis die Kreme. Hier sich setzen tut. Nehme die richtige Knifte in der Hand. Zieh da. Und merke, dass er die falsche Knifte in der Hand hat. Hab ich sie? Die Krier. Ich nehm die Krier und da hinten war noch was besseres. Naja, gut. Man muss sich damit zufrieden, was man kriegt, ne? Also. Das haben wir. Das Bett schwebt, aber das zählt. Respawn setzen. Jawohl. So, jetzt speichere ich das Thema ab. Und wir sehen uns gleich wieder. Äh. Speichern. Und. Quick hoch speichern. So. So. Abgespeichert ist doppelt. Ich kann's doppelt verkacken. Nein. Einfach bloß, um sicher zu gehen, dass falls irgendwie safe game angesetzt wird oder sonst sowas. Ich weiß es ja nicht. Ich habe keine Lust zu verkacken und ich würde es gerne sein lassen. So. Mein Inventar ist Inventar technischerweise unterlegen. Strom. Ne. Kurz. Äh. Maschine brauche ich auch nicht. Schrotz ist auch schon gut. Aber Strom ist schon besser, ne? Mehr kann ich mir nicht leisten. Ne. Das war's. Der Kabin ist arm. Da ist noch eine Ente. Ich habe sie gehört. Ach, da oben. Ne. Das war nie so gut. Die so von Himmel zu holen, ne? Mensch, warte mal. Wir machen das anders. Hat nichts gebracht. Doch, jetzt schon. Da ist sie gefallen. Ah, das war nicht die Ente. Das war der Adler. Äh. Ja. Ich habe es mitgekriegt. Warten Sie mal ganz kurz. Ich drücke mal kurz die 5. Die brauchen eh eine Weile, bis sie hier bei mir sind. Das Ding ist hier gelandet. Äh. Ne. Hier ist es doch gelandet. Also, das ist doch hier gelandet, oder? Es war doch hier. Hä? Es hat es hier sehen, dass es hier runterkommt. Schnauze. Das Ding ist doch hier runtergekommen, oder? Das ist ein Stein. Wo ist denn das Vogelfieh? Hä? Moment mal. Das Vieh ist weg. Das kann nicht sein. Du wirst mich verarschen, oder? Es ist doch hier runtergebaunt. Es ist hier hingebaunt. Das kann nicht sein. Ich mache mal kurz das Licht aus. Schnauze. Es lacht mich aus. Aber es ist doch... Ich habe es hier weggenatzt. Da. Denn es ist hier so runter. Ja. Ihr werdet wahrscheinlich schon gesehen haben. Ich sehe es nicht. Da ist es. Alter Falter. Jetzt habe ich aber gedacht... Ey, wirklich. Ich habe das hier gesehen, dass es hier vorne gelandet ist. Aber nicht da hinten. Da habe ich das wohl ein bisschen falsch hingeschätzt. Schätzelein. Und da stehen sie und warten sie auf mich. Leute, ich bin schon wieder zurück. Keine Panik. Ich töte euch jetzt. Ich würde aber trotzdem gerne die Ente hoch noch kreieren. Aber wie gesagt... Ich gebe mir damit zufrieden, was ich habe. Warte mal. Ne, das machen wir wieder mit Messer. So, die haben das nicht mitgekriegt. Ich bin ein Ninja. Die haben den Tod nicht rumsehen. Ganz und ja nicht. Und wie gesagt, hier ist so viel genug noch, ne? Und außerdem ist hier auch noch ein anderes Ding. Aber wie gesagt, ich hoffe... Na, dann wollen wir mal, wa? Alter, das ist ein Duschster. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Luminesse noch nie ausgeschalten habe? Das war letztes Mal heller. Ich hoffe, da unten ist es hell hier noch. Ja, gut. Hier ist es hell hier noch. Hier ist es gut. Nee, diesmal nicht. Lernfähig und so. So, ich werde jetzt noch mal die 8 gönnen. Es ist nicht 4 gewesen, was gefehlt hat, aber... Ups, nee, 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 nee. Und seid ihr bereit? Der Dude sitzt da noch. Kann ich die mal von der Luft haben? Ja. Wer braucht denn? Nein. Ja, toll. Zwei Jahre später. Ich glaube, ich habe den zusammengefeitet. Oder auch nicht. Er war kurz davor. Run, Forrest. Renn, äh, renn, mein Dick. Oh, ich habe das nicht gesehen. The Boss. Oh, da hinten ist ja jetzt eine Falle. Links und rechts. Hihi. Oh. Na, 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 na. Ich würde mal sagen, meine Munition ist fast hier hinüber. Oh, nee. Du sollst auch. Aber ich habe es trotzdem geschafft, du Kacka, du. Das war knapp. Habt ihr das gesehen? Ich habe ihn platt gemacht. Volle Möhre. So. Jetzt weiß er, wo er nie gehört. Oh, die Axt des Todes. Jetzt haben wir die hoch. Die monströse Axt, man kennt sie. Ist hier noch irgendwas? Ah, seht ihr? Und das ist immer noch... Ach, das wird immer noch angezeigt. Ja, das ist doch kacke. Ich meinte jetzt gerade, dass das immer noch angezeigt wird, äh... Dass wir die Quest machen müssen. Äh, den... Duotier. Oh. Alter. Pass doch mal auf, Kabin. Offenbohnen. Knochen. Stacheln. Bleh. Da. Da sind diesmal keine Stacheln. Mann, oh Mann, oh Mann. Hat hätte aber auch schief gehen können, oder? Warten Sie mal. Ich muss erst mal hier inhalieren. So, und das schmeiße ich weg. Und dann kann ich das nämlich einsammeln. So, und hier sind wir gekommen. Warte, sind das für eine Tür? Ich hab doch gemacht. Ich mach das Ding auf. Ich glaub, ich... Mir geht's nicht gut. Ich fühl mich nicht so. Na gut. Ich hab gedacht, das war der Fallen gelassen hat. Das war alles. Ich hab gedacht, das war alles. War wohl nicht so. Ach, kicken Sie mal an. Hier sind wir. So war das aber auch. So. Ähm. Ich speicher ab. So, da bin ich hoch. Vielleicht hab ich abgespeichert. Haha. Hat ja eine schöne Munition gekostet. Aber wir haben das gekriegt. Krass. Oh, jetzt will er neue Munition. Sag mal hier. Die Axt des Todes. Was macht denn die an Schaden? Und vor allen Dingen... Ich möchte mal kurz was nachschauen. Das ist die Sehe. Das ist das alles, was wir schon hatten. Das ist die, ne? Ja, das ist die, die mir gefehlt hat. Yes. Das heißt, wir können jetzt upgraden. Und da sind die Boer. Da ist das alles. Jetzt fehlt mir bloß noch das Öding. Och, Junge. Ich bin Junge. Jetzt fragt mich gerade, ist das das Buch gewesen? Aber ich glaube, das war das Buch. Nee, das kann doch ja nie gewesen sein, oder? Zeig mir das noch an. Das hier noch. Das hier oben vielleicht ein Buch. Hab ich das letztes Mal aufgesammelt? Oder hab ich das nicht aufgesammelt? Ich weiß das nicht. Ach so, das ist das, was ich schon hatte, ne? Aber ich bin mir nicht so sicher. Ich nehme trotzdem nochmal mit, ne? Aber doch, ich glaube, das tat man schon. Ich mach mal das Licht wieder aus, ne? Ey, cool, dass ich mir ein starre Draht hochziehen kann. Ich hab die Ente gefunden. Ente, bleib hier. Ente jut, alles jut. Ich kann das doch nicht so enden lassen. Blödet Zelt. Ente! Enton! Sag mal. Es ist doch kein Enton gewesen. Hier warten sie mal. Ich muss mal an die 5 drücken. Es war ein Schwan. Die sehen sich aber auch zum Verwechseln nicht. Oh ne. Ja, doch. Bin schon da, Junge. Liegt euch nicht mit so Han an, weil die Karte sahen. Das Schöne ist, ich hab kein Platz in dem Inventar. Das ist das Schöne. Ey, warten sie mal. Ich entsorchte das mal. Und hab genau dasselbe genommen, wa? Ja, das hast du. Gut, dann machen wir das nochmal. Nur mit Abstand. Ich hab die Feder. Da ist sie. Ich hab sie. Ich will nach Hause. Gut, eigentlich müsste ich nach Hause, weil ich kann mir eh nichts mehr ins Inventar. Ich will meine Waffe aufwerten. Ich will mir Munition herstellen. Ich will mir Schraubschlüsse herstellen. Tja, aber das, was wir machen wollten, haben wir doch geschafft. Das ist doch total knorkig gelaufen heute. Vor allem, ich hab so ja noch Viechzeug, was mir sehr, sehr wichtig ist, äh, geschreddert. Zerlegt. In die Schranken gewiesen. Nein. Ich hab, äh, nee, ich hab's nicht. Es fliegt weiter. Es fliegt und fliegt und fliegt. Und jetzt hab ich draus ein Auge verloren, weil ich nämlich... Ich hab's erlegt. Es ist meins. Und von der Pistole hab ich noch Munition. Es schläft doch nur. Zwei? Auf einen Schlag? Ich weiß, dass ich damals, glaube ich, äh, bis ins Nebium oder so reisen musste. Oder so. Vielleicht trüben sich auch gerade meine Sinne. Äh, meine Gedanken. Ja. Na gut, Leute. Es hat sich voll gelohnt. Der Boss ist platt. Die Bücher sind platt. Ich bin platt. Vor allem, was ich heute geschafft hab. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und wenn's euch gefallen hat, wie gesagt, denkt daran, Däumchen, Träumchen nicht verhissen. Ich bin raus. Tschüüüüü.